f mein Vater ist also doch kein komplettes Arschloch ich gehe zur Premiere seines Films krass Alter triff ihn bei Ponson Boys damit er sich ein Smoking besaugen kann dann geht's ab zum Ruckende Teppich Versteck Stil ok Update Online Überweisung was 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 äh wir haben ja in dem Konso eben eine Online Überweisung mitgeschrieben Gutscheibe vorher zu Lasten der Fershow Banking Group unter folgenden Link Kontobewegung ansehen oh das ist 200.000 net 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 gut äh hm er muss jetzt zur Filmpremiere wo ist er ja er ist immer noch da rumfahren naja auch ein weiter Weg Hallo Michael ich weiß dass sie wegen des Fahns wütend auf mich sind und ich bin auch nicht wirklich stolz auf mich versuchen wir beide nach vorne zu schauen ähm aber Tatsache ist nun mal dass ich meine Fernsehshow und in Radioswesche so viel mehr Leute helfen kann wo haben sie eigentlich davon gehört ich habe sehr viele Zuschriften von Fans bekommen ich gehe heute Abend mit einer zuhören und ich fürchte sie ist eine Passierung für mich das interessiert mich das wie dem auch sei ich möchte sie wissen lassen dass ich diese Arbeit immer sehr geschätzt habe ähm und die Show die ich moderiere weisen das sie können wirklich stolz auf sich sein sie haben mir viel geholfen und ich weiß dass ich ihnen geholfen habe ihr Freund Kaiser Friedlander und was ist denn ein beschissener Dreck sagt wenn ich sie herbesche skalpiere ist diese Lockenköpfe auf den Scheiß Michael ach schön mein Film läuft dann kriege ich den dann nahe auch Money 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 Oh schließlich noch paar Millionen in den Golfclub zu kaufen Jesus you're gonna kill me Nein nein ich will nur einen Anzug keine Angst Smoking Smokin Ich bin gleich bei Ponsen Boys ich habe einen Wagen besorgt den Schick Smoking äh Sportkleidung Anzüge für für den kompletten Anzug einfach kaufen so das war jetzt aber kein Smoking da hinten einziges Smoking da auswählen Guck mal ich habe sogar schon einen gehabt Na toll hier Orional Theater auf Flamme Boulevard öffn das Champagne Jimbo whoo whoo me and the big dog getting our drink on hey hey where you going with that whoo my dad's a movie producer Jimmy get back down here which makes me a movie producer's kid Jimmy So läuft es halt immer. Losers, Losers, Jizzle in the Movie Bizzle. Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it, and I don't like it. We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Get back down here. And not to, like, gawk at celebrities from behind a barrier. We're actually, like, properly invited. V to the I to the P. Jimmy. Read my neck rolls. Entitled. E-N-T. Uh, titled. Because I am. Jimmy. Oh, Pop, chill. I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. Jimmy, shut up a second. Hey, Devin, look. I need to say about Molly, man. I'm sorry, but I didn't do it. I told you to slow it down, slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not going to forget. Look, Devin, I said I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me, because this movie is happening, alright? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely slick, forgive and forget. Namaste. Namaste. Check it out. It's a premiere. Where is my firework? Hä? Da hinten. Is ja mickrig. Wow, begib dich zum rückten Teppich. Hallo, Freunde, ne? High five, yeah. Ooh, woher ist die denn? Wow, hallo, hallo, ja. Wow, man. Wow, man. Yeah, yeah, the thought is, uh, crossed my mind. Thanks, Antonio. Give me nice and tight. Hey, it's Laszlo on the red carpet of meltdown. Some big stars. Some beautiful dresses. We're going to see some side boo tonight. Come on. We did it. Salma. We fucking did it. Fucking A. Fuck you, fate. I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I see you in there, kid. Wow. Enjoy the picture, everyone. Mr. Richards. Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. I'm Laszlo from, uh, Famer Shame. Um, but I do some acting on the side. I was wondering if, uh... Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. Pervert. Come on. No, 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 no. Let's go over here. She's lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Um, love, love, loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that was... Okay. All right, Jesus Christ. That was emotional, stick. Can I just have a hug? That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Excuse me. Come on. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. So in a short, ey. What the hell is she? Looks like she's stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, how the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. What's happening? Where's mom? The girls are in danger. We gotta get to the house. Oh, oh. Da. Du hast zwei Minuten Zeit. Was? Nein, 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 nein. Hey, jetzt klingelt sein Handy im Kino. Oh, Mann. Warum muss ich den mitnehmen? Das ist die exklusive persönliche Linie von Devin Weston. Mr. Weston checkt das Service zweimal a day. So, leave your Details and wait for a response. Oh, Gott. Oh, Gott, der fette Trottel. Wow. 41 verloren mit dem Spaßziel. Ich weiß nicht, dass dieser rote Arschloch auf mich war, weil ich das Film nicht verstanden habe. Und dann hat sein Betrachter stirbt und er hat mir gesagt, dass er deine Mutter verhörtert. Du hast diesen Betrachter? Und jetzt wird er deine Mutter und Tracy töten? Er wird nichts tun, wenn ich es sagen muss. Aber du hast diesen Betrachter? Nein, ich habe das nicht. Es war ein Verrachter. Ich würde niemals tun, was ich in der Gefahr zu machen. Shit. All right. Okay. Du bist gut. Du bist gut. Das ist nur ein Film. Right? Er ist ein... Er ist ein... Er ist ein Gangster oder was? Nein, er ist nicht ein Gangster. Er ist einfach extremlich rach. Er sagt, er hat all diese Verbindung. Ich bin sicher, dass es nur ein Gespräch. Shit. Was ist das Auto? All right, Jimmy. Du hast dich verhörter. Ich gehe die Mädchen. Ich muss sie natürlich wissen, ob Tracys Zimmer ist. Okay. Baby, are you okay? Are you all right, sweetie? Oh, baby. Oh, baby. We're inside. Find the fuck up. Okay. Could you stay here? Keep your heads down. Be safe, baby. Don't you worry about me? Wow. Das hätten wir nicht machen sollen. Zack. Ins Gesicht. Komm, beweg dich. In den Hals geschossen. Tuck, tuck. Tuck, tuck. Give me some cover. Tennis lassen. Tuck, tuck, tuck. Tuck, tuck. Ach, ja. Ach, ja. Oh, ja. Dynamik, tuck. Oh, ja. Oh, ja. Schwindel einfach vom Radar aus, fette Meilen! Gib dich zu deiner Familie! Hallo Leute! Oh ja! Oh ja! Der Ball! Oh ja! Knall ich da 20 Typen und lass mich nicht von einem da kaputt haben und der Zusammenbruch! Mann! Oh ja! Mann! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Auf geht's! Ab zum Club! Oh ja! 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 Wer ist schonmal angerufen! Was ist das denn? Das ist richtig, Bob. Ein weiterer Tag und ich bin ein reitiger Mann. Korn und Potei-chips. Wunderschöne. 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 please. какой lado. Schöne da noch einen Tag zu arbeiten. Können wir hier noch morgen durcheken? Oh. mein Auto ach alles gut ok tschüss da setze ich erstmal hin bis dann, schönen Tag noch das wäre jetzt gewesen, wenn er seit dem letzten Arbeitstag gestorben wäre ganz üble Sache ganz übel was für ein Spruch äh wo geht es denn hier was für ein was für ein Der Typ. Was sind das für Schüsse? Was sind das für Schüsse? Was sind das für Schüsse? Enough! Thank you! Okay, uh, this is it. We have two options. They're both a little, uh, out there, but then again... Okay, schießt er halt irgendwo rum. Option one. We hijack their armored cars. We take the cruise hostage. And we infiltrate the repository. Now once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. We need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two. We cause a distraction out front. Make them think we're dumb. Well, we've never had a problem with the people of that, have we? The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay. Let me show you the board. To, uh, recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there. That's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car. So get something fast and tough, and then modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. It's got to be stored in a parking garage near the UD. There's going to be a lot of heat, so think about that. Um, I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? Oh, right. You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's going to give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? Four tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? That's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious? What's it going to be? Dann doch lieber subtil. Oh, you want him to give you the metal? Okay, well, it's gonna take a big crew. Two gunmen, two drivers and a hacker. The first gunman comes into the bank with you. It helps you move the gold into... hmmm... 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 Now, the hacker... they're going to break into the traffic system by some time coming out of the bank. If you need it, but... we might be cool. This is the big one. Is there anything you want to go over? 10, 20, 30, 40, 50% direct. Weg vom Geld. Okay. We need those stingers and the modified getaway cars. I knew you'd like that. Sounds kind of fruity if you ask me. Nobody asked you. Look, this is our only hope. You control traffic in this town, you control the streets. I think it could work. It will work. As long as we're ready to move now. Come on. I'll take you to the equipment. Fucking asshole. Alright, let's go. Hmm. Okay. Da kommt ja einiges auf mich zu jetzt. ist abgabend der herrn abgabend markiert wie die die ich die da ist ein spd transporte mit ein paar nagelbretter auf dem im hinteren Paarplatz Polizeiwesenshaus RS. Ich habe den Hacker auf der Suche nach Grounded Muscle Cars zum Tune geschickt. E-Mail mit Ergebnissen sollte bald folgen.